so nach ewigem geht es dann mal wieder weiter aber ich war halt noch ein bisschen an experimentieren wegen faust sinko und da das vorigen part ja nicht so toll war ich mich dann doch wieder entgegen entschieden weil es war doch er sehr störend mit dem tiering wie ich fand zumindest war dann doch recht stark stärker als ich dachte sichtbar und naja dadurch wirkte das auch so ein bisschen wie so eine art mikro klar also ja was heißt mikro aber ist wirklich nicht mehr ganz so flüssig fand ich und darum dann doch wieder faust sinkt ich muss mich halt einfach daran ja ich wollte es nicht darunter muss mich halt leider damit abfinden nützt ja nix ach mensch wie spiele ich dann hier so irgendwie oder gehen wir erstmal hier weiter oh hi so sind wir dich schon mal los wobei es geht ja auch so ich habe den karko gehört ach die dinger stören mich da ja echt so ein bisschen so karko ist schon mal weg ich störe mich wirklich da unten ich will die loswerden das ist so ein beigeschmack wenn die da noch sind so jetzt bin ich schon zufrieden na was haben wir denn da hinten das sieht so nach secret aus da hinten wollen wir das mitnehmen ja können wir sogar oder habe ich jetzt einen shitstorm ausgelöst ich höre hier auf jeden fall noch sie sind bestimmt genau unter mir oh 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 spinne und bestimmt unter mir ich kann mir forschen ist da unten vielleicht nicht bei dem teleporter ich weiß das nicht auf jeden fall ist da hinten ja auch eins aber ist das der teleporter weiß ich nicht ich gucke erstmal hier weiter die doore spinne will auch irgendwie mal getötet werden na ich denke schon dass sie das möchte also ich wollte ihr nur diesen gefallen erfüllen die ist sich noch nicht so ganz sicher ob sie ja ist ein bisschen ne unschlüssig ob das nicht zu dreist ist zu fragen die ist da eher bescheiden und vorsichtig und schüchtern will ja jetzt ne nicht zu unhöflich sein ne und ansprüche stellen aber andersrum kann ich das ja auch höchstens riechen dass du sterben willst da das ja meistens so ist dass man einfach nur ja aus höflichkeit seine wünsche seine wünsche nicht äußert ne muss man einfach dann einfach mal ja von selber anbieten ne au bin ich jetzt aber nicht nett von dir ab in die lava mit dir so spielst aber auch grad echt scheiße finde ich kann ich das irgendwie noch wieder gut machen ne wahrscheinlich nicht ne hm hm kacke irgendwie bin ich hier grad so ein bisschen taktiklos so und du gehst mal weg und zwar in der form was für ne waffen am besten einsetzen so aber das war doch schon mal ganz gut glaube ich die raketen waren die glaube ich in dem moment sinnvoll haben wir hier noch ein paar imps und ich nimm mir natürlich auch vehement alles mit was ist das hier so an schaden mitnehmbar ist so ja hatte ich eigentlich ein berserk schon ich weiß das auch gerade nicht mehr ja also mit meinem spielen bin ich jetzt grad wirklich nicht zufrieden ne das gefällt mir grad nicht so mal ein bisschen mehr die konzentration auspacken hier schießt doch schon wieder was auf mich schmiedertreffen lassen jetzt auch noch ab in die tiefe ne das ne das kann ich echt so nicht oh gott hab ich nie gespeichert oder doch würd schon sagen sah eben grad mal so aus als wenn ich komplett nie gespeichert hab aber das ist zum glück dann doch nicht der fall gewesen dann können wir eine rakete rauslassen bevor ich die da mitnehme ne freiwillige vor so ich glaub das wird jetzt taktisch schon sinnvoller so dann können wir jetzt in aller ruhe die dinger mitnehmen äh speichern wir das mal hier rauf was wieso kann ich jetzt mehr raketen mitnehmen hab ich irgendwo ein backpack eingesammelt ne ich konnte doch die ganze zeit schon mehr nehmen ne ja blöd wieso komm ich denn drauf dass ich das nicht kann ich weiß es nicht verwirrung macht sich breit so ja gut ach ja jetzt kommt er ja auch wieder ach komm glaub ich einfach nicht oh man will es nicht glauben oh so gut von euch haben wir jetzt erstmal ruhe so oh ah ging auch schon mal besser so ja gut aber das kann man ja schon fast akzeptieren wie mich jetzt völlig verarschen jungs ihr solltest essen so bitteschön boah boah willst du mal bitte so so ein anderes ding wieder gekommen ah nein 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 ah was ist denn das hier ah ich komm hier nicht mal zurück doof ist das denn schon wieder oh 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 god heute läuft es nicht so 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 ein nach dem anderen hier so aber ich weiß es nicht haben wir offensichtlich so sehr schön wenigstens das so und dann das mitnehmen dann kommen wir noch zum anfang zurück und da war nämlich eine shellbox und die hätte ich jetzt ganz gerne noch mitnehmen da sind diese imps noch naja ah die ist bestimmt irgendwie noch secret gedönst aber da sind auch raketen noch irgendwie drauf ne na na ich sehe dass da raketen sind ist auch secret ja ja gut wie komm ich denn jetzt am besten hin ohne dass ich mich mit meinem Arsch verbrenne aha hier sehr gut das war also tatsache secret da wäre es natürlich geil gewesen wenn die schon vorher tot gewesen wären aber wie hätte ich das denn gescheit machen sollen ja so und du noch so zack oh ein bisschen hält das hält der Anzug ja auch durch ja das war ja schon mal geil so jetzt haben wir hier noch schönes hm shit dann wollen wir mal vielleicht mal extra speichern und das sieht ja aus als wenn man dir noch mehr holen kann ey gib mal die raketen her bitte fuck ich muss nochmal weg ja da gibt es noch n n was macht denn der ah lass mich da durch ich will da jetzt durch jetzt wissen was der hier macht oh fuck ja damit so so alles wird gut ah noch einer so alles wird gut alles wird gut so speichern das war ein das war ein schönes secret schönes secret ja so sieht die noch nicht durch wie es scheint aber wir kriegen ja schon wieder so ein Teil hm wie gut das da praktischerweise aber diese Dinge und zwar so wie man hier noch schön ist wie man hier noch schön ist das hier auch eine bewandt ist na vielleicht nicht na gut die karkus die konnten wir tatsächlich ignorieren dann sind wir hier jetzt ganz am ende wo kommen wir jetzt hin ah wieder woanders na der hat mir natürlich ganz schön weh getan oh man oh man jetzt geht es aber ab hier ok ich weiß gar nicht ob ich jetzt das alles schon machen wollte ja gut sehr interessant nein stepp doch wieder nicht richtig getroffen na das ist halt das problem so ah ne ne lass das bleiben so gut oh fuck ne so ausgesichter so die jetzt tot scheint so Aber ich habe auf jeden Fall eine Plasma Das sollte man sich schon mal merken Oh fuck Genau die richtige Waffe dafür gehabt So Okay Ja hier Schlag auf Schlag Geht es gerade mal Weg oh Gott ich will gar nicht wissen Was passiert wenn ich jetzt Ähm Das Gelbe Schlüsselchen mitnehme Und deswegen speichern wir das mal So Das ist mich glaube ich nicht so gesund Sieht wirklich nicht gesund aus So was Oh fuck Oh fuck Na fuck ja Gut dass ich gespeichert habe Hast du schon geahnt Dass das hier Ach so hell wieso trefft ihr mich denn trotzdem Ich habe es geahnt Gut wir müssen hier ganz schnell raus wie es scheint Ach diese verfluchten Imps So Ah ich schaffe es nicht mal in diese verdammte Säune zu kommen Das ist doch unglaublich Und diese Imps Diese verfluchten Imps Diese verfluchten Imps Mensch Ach ne Ach nee Hatte ich schon Erfolg ne Ich komme da nicht von diesem Ah gut Alles wird gut Oh 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 Jetzt kommt ihr natürlich noch Ach Gott Wie man sich hier wieder nicht bewegen kann Ja super Das war so klar Es ist zum kotzen Bin so dicht dran das zu schaffen Aber irgendwie dann doch nicht Ich will es aber in einem Rutsch schaffen Ich mache da nicht zwischendurch speichern Oh das wäre langweilig So Ah Was wechseln Hier raus Ganz dringend So Nein Auf damit man Auf die Viecher aufpassen Die machen so viel Schaden Ah man Dass es nicht mal möglich ist Die auszuweichern Ah Wieso geht denn Hahaha Ah das ist schon wieder so gemein Und gut gemacht Dass man das echt Mit so ein paar Gegnern Kämpfen hat's hier So Ich glaube wir bleiben hier drin Ah Treffen Ah Fuck So Ich fiel noch Bald mal Ruhe Ja ich glaube schon Ich wollte den ja so töten So ist jetzt die Ruhe Ja Sehr schön Gute Aus So Habt ihr nun davon So Sehr schön Ich höre noch mehr Imps Aber Wir können sagen Wir haben es geschafft Ja das ist erledigt Das kann man speichern So War ja ne geile Runde hier So So Nimm mal diesen ganzen Kramschirn noch mit Spaß gemacht hat es auf jeden Fall So und dann Oh Oh Nicht so schön da unten Vielleicht kommt man da auch von der anderen Seite hin Ah Ich bin immer noch unsicher Ich bin immer noch unsicher ob ich hier schon überhaupt hin wollte Ah gut Hier blieb jetzt keine andere Wahl Ich bin jetzt hier Aber das war's denn auch schon wieder mit dem Part Ich bedanke mich fürs Zuschauen Wir sehen uns das nächste Mal wieder Mit Doom 2 Valiant und diesem wunderschönen Design Level Bye 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 Bye